Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, gut. Dann fahren wir mal zur Schule, wa? Mhm. Wir sind viel zu früh in der Schule. Auf alle Fälle heute. Wir brauchen elf Minuten, bis wir reingehen können. Die hat man ja nicht offen in der Schule. Ah ja. So kann es niemand sehen. Er wollte halt auch tanken gehen. Ba ba ba. Wer hier? Ich habe eine Überraschung für mich. Spinner. Kuppig Spinner. Auf ins Gefecht. Nee. Guten Morgen im Laden. Ah Mann. Ein Schädelbrummt. Werden wir mal noch ein Brötchen um. Und was zu trinken, vor allem. Wie ihr es dann aufgehört habt, fängt es heute an. Also wirklich unglaublich. Ich habe mich jetzt hier hin, nehme ich. Und werde mir Bücher angucken. Ah. Und warte auf Kundschaft. Ich habe dabei ein Brötchen. Und als Nachtisch mit Pfannkuchen. So. Hoch und. Bis gleich. Bis was passiert. Glück. Oh nein. Das tut mir die Brötchen. Ja. Brötchen halt. Das tut mir die Brötchen. Was ist eigentlich? Erst mal. Todesangst vor dem Plan. Burschido hat Angst. Ja wenn der... Er ist Pro und dann Contra, die geht halt nicht. Der hat sich ja alles damit eingebrochen mit dem ersten Fels oder oder? Na ja, sehr schön. Also nichts Interessantes drin. Die Sonne soll ja noch ausmachen. War mal gespannt. Was passiert? Da haben sie doch eine Pankverwollschel aufgestellt. Der Autofomensplatschel ist dahinten da. Für 100 Jahre am 1. von 7 bis 8.00 Uhr. Also, da wird ja so viel aufgestellt. Für 9.00 Uhr hat der 10.00 Uhr. Da muss ich ja eh noch mal am Rennstein reingestellen, wenn da nicht was passiert. Dann mal gucken, was heute passiert. Schauen wir mal. Bis jetzt nichts. Wer soll denn den Kofen denn für mehr? Kannst du mindestens bei 10.00 Uhr oder mehr verkaufen. Aus neuem Lack ein bisschen ab und dann sieht es echt aus. Bis dann. Lackschien. Na ja, nee, nee. Und dein nächstes Ding ist aus dem 19.00 Uhr. Bis dann. Ciao. Das ist ja so ein Scheiß-Kofen. Mit kann Deko. Ja, ja. Hab ich jetzt die Kofen. 5 Euro. Wieder weg. Zack. Nummer 2. Video Nummer 2. Hinterrad-Schlauchwechsel und Reifenwechsel. Als Reparatur schaut mir einfach über die Schulter, so wie ich es mache, bei einem Singlespeed. Ja, der Mantel ist komplett durch, meine Güte. Schaut halt einfach mit zu und dann. Ja. Viel Spaß. So. Ui, ui, ui. Ich bin zu müde. Uah. Mein Schädel brennt. Mein Schädel brennt. Ich bin zu. Ja. Ja, ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu. Ich bin zu. Es ist derart. Ich bin zu. Ich bin zu. Ja. Oh ja. Nicht ohne Handschuhe, nicht zu dreckig, super schmutzig. Gut. Ahhhh Das war's für heute. Okay. 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 Falscher Schlauch. Falsches Ventil. Falscher Schlauch. So. 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 . So. . So. . . So. . 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